Huch! Da gehe ich mal ganz kurz in die Küche, um Brötchen zu frühstücken und dann ist hier der Himmel am Brennen, meine Güte. Herzlich willkommen zurück, den Köm. Ja, gucken wir uns das Spätchen weiter an. Ich habe nämlich Bock drauf. Aber wir müssen erst mal schlafen gehen. Lay down, yes, call it a day. Ja, das war ziemlich... Ui. Aber das ist gut, dann seht ihr auch mal die Abrechnung hier. Sammeln und Mining. Naja gut, war nicht so die schlechteste Sache. Ich glaube, ich bleibe einfach liegen. Ist wie im Real Life, ich bleibe einfach liegen. So. Das mit der Steuerung ist noch ein bisschen fummelig. Da müssen sie noch mal ran, glaube ich. Ja. Falls ihr das nicht wisst, das ganze Spiel wird ja von einem einzigen Menschen nur gemacht. Und auch gepublished, in Anführungszeichen. Also ich meine, was auch immer da Publischen ist, aber... Nur ein einziger Mensch macht das hier. Das ist schon beachtenswert, oder? Das ist schon ordentlich. Hier wächst nix. Wir gehen heute mal in diese Richtung. Ah, guck mal, in diese Richtung ist der Strand. Hm, der Strand. Dann gehen wir da mit mal hin und sammeln wir ein paar Muscheln ein. Hm, das sammeln wir auch mal. Badam, call the blue moon. Was ist denn das da für eine Daily? Momentchen mal. Do a job for someone. Sell 3 Bucks. Smash 5 Orocks. Ja, das werden wir nicht ganz hinkriegen. Aber die Muscheln nehmen wir alle mit. Da ist noch ein Schmetterling. Watching. Sehr gut. Hallo? Ah ja. Ich wollte es doch meinen. Was ist denn das da? Der abgeranzte... So, jetzt aber. Der abgeranzte Funkturm da hinten. Also ich glaube, zumindest wurde das ja auch in die Kommentare geschrieben, es gibt hier noch eine ganze Menge zu erkunden und zu entdecken und ach, ist das schön. Ich glaube, darauf habe ich Bock. Die werden wir alle verkaufen. So. Die werden wir fangen. Ich finde es schön, dass die Tiere hier alle friedlich sind und nicht so viel Stress machen. Ich meine, man hat ja eh schon genug Stress im Leben. Muss man jetzt nicht eigentlich auch noch gerade ein stressiges Computerspiel spielen, wobei manchmal habe ich natürlich auch Bock auf stressige Computerspiele. So ist natürlich auch so. Versuchen wir doch mal einfach heute die ganzen Queste zu erfüllen. Scheint nicht so... 5 scheint echt eine Hausnummer zu sein. So, noch einen Stein aufgenommen. Hier ist noch einer. Sehr gut. Was war das? Das war nichts. So, ich glaube, es müsste der letzte sein, wenn ich mich nicht verzählt habe, was natürlich auch immer wieder passieren kann. Ah, wundervoll. Sehr gut. Dann wechseln wir auf das Fliegengitternetz. Was ist das? Ach, das ist schon wieder... Hier ist es schon, das ich nicht aussprechen möchte. Ähm, ob wir mal so einen Niederknüppeln, wir versuchen mal so einen... Wir versuchen mal was. Uh, hoffentlich bräuchte ich das nicht. Bitte, lieber Gott, dass ein Samen rauskommen. Ne, da ist gar nichts rausgekommen, ne? Das ist ärgerlich. Too full. Schade. Ich dachte, da käme ein Samen raus und dann könnten wir die vielleicht selber anpflanzen. Aber so, hm. Ja, ist das einfach mal nicht passiert. Schade. Ich würde mich wieder interessieren, ob man sich die Ressourcen sozusagen wegholzen kann. Wenn man hier alles wegholzt. Uh, opa. Ähm, ob das dann, ich sag mal, gut in Anführungszeichen ist, ob das nachwächst oder was dann genau passiert. Ich würde ja denken, haben wir hier auch noch eine Fliege irgendwo, oder? Da. Bams. Oh, I can fly. Fly, fly. Da ist noch ein, oh, hier, Schmetterling. Blue Moon. Es gibt ja scheinbar ganz viele. Offensichtlich, hier ist auch noch was. Was fliegt denn da noch rum? Ist das ja nicht der Harlekin? Haha, die habe ich schon noch erkannt. Den Augen an allen, ollen Harlekin. Gut, dann mal hier rüber. Ui. Ups. Ja, 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 ja. Könnte man natürlich auch mitnehmen. Wir nehmen da mal hinten. Also, wir müssen ja irgendwie sparen, ne? Für unser Haus müssen wir ja offensichtlich 65, ne, Quatsch, 95. Das hat keiner gesehen, dass ich jetzt so lange gebraucht habe. Und das hat keiner gesehen. Ja, kommst du her. Ich habe meine Brille an, ja. Ich habe meine Brille an. Also, ähm, 95.000 sind schon echt eine Hausnummer, finde ich. Haben wir uns verlaufen? Könnte sein. Wo müssen wir denn hin? Lasst uns mal auf die Map gucken. Ah, ne, guck mal, wir laufen genau in die richtige Richtung. Ja, ist so wundervoll. Ding, 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 gleich ist mein Inventar voll. Ich hätte schon ganz gerne einen größeren Rucksack. Also, treibt ihr sich bei einem Puh rum? Should I swap something to make room for this fly? No. Ja, das ist das Problem, ne? Jetzt ist nämlich der Rucksack voll. Und hier gehen die Klingeln an. Merkt ihr das? Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Jetzt gerade gehen hier die Klingeln an. Es ist 12 Uhr. Es ist immer noch der gleiche Tag. Ich nehme immer noch jetzt die dritte Folge am Stück auf. Warte mal, Mittwoch, dann ist das Freitag. Das heißt, diese Folge kommt am Freitag. Und, ähm, tja, was soll ich sagen, ne? To John talking. I want to chat. So, you got me a job. My belly is grumbling. Could I ask you to find me something to eat? I really, oh, I'll do it. Oh, I can't wait. Ah, neither, I can't my belly. Ja, okay. This request must be completed by the end of the day. Ah, hm, verstehe. Aber ist die denn jetzt hier bei den Tasks? Ah, ja, okay. Okay, das heißt, wir hatten keine mehr im Hintergrund, sondern die war einfach dann tatsächlich erledigt. So, zu sagen. So, erstmal wollen wir ein paar Sachen verkaufen. Nicht, dass ihr denkt, äh, ne? Und zwar das hier alles. Die ganzen, hier, die ganzen Fliegeviecher. Sehr gut. Und die Muscheln hier auch. Und den Sanddoller auch. Was ist das hier? Nautilus Schelle auch. So, das sieht doch gut aus. Ich hätte gerne 95.000 dafür. Naja, dann nehme ich 5100 irgendwas. Danke. Das Gefühl, der zieht mich langsam über den Tisch. Na gut, wir verkaufen jetzt was zu essen. I want to chat. Was geben wir ihm denn? Wir geben ihm... 5 davon. Oh, no. I don't really eat stuff like this. You can have this back. I don't think I'm hungry anymore. What, really jetzt? Der will jetzt nicht mehr? Okay, der ist kein Gemüse. Was bist du für ein Typ? Okay. Aber ich finde, wir haben trotzdem eine Quest erledigt für ihn. Seltsam. Seltsamer Dude. Sagen wir da mal. Ach so, hier unten nochmal Butterfly. Über, das ist natürlich bedauerlich. Aber können wir gleich mal gucken. So. Ähm... Bum, 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 bum. Ja, genau. So. Einmal das andere Ding. Lassen wir gleich hier. Jetzt beginnt es ein bisschen das, was man halt aus anderen Spielen auch kennt. Dieses Hin- und Hergelaufe und sortiere in Kisten. Hm, I like it. Das ist auch der Grund, warum ich mit einigen meiner Bekannten hier nicht mehr spiele, weil da nicht aufgeräumt wurde in den Kisten. Alles nur reingestopft wurde. Das ist hasse ich. Ich finde, man macht sich das Leben einfach unnötig schwer an der Stelle. Und anderen Menschen auch. So. Let's talk about the town. I want to play with a license. Let's chat. Need anything? Hey, would it be too much trouble for you to catch me a Scarlet Jizzle Butterfly? A Jezebel Flood? A Leonard, this time of the year, no problems. Thank you so much. Okay, das sind also offensichtlich Tagesquests, ja. Wir können auch mal den License gucken. Das ist ein bisschen so nach dem Motto, dann haben wir es ja eben alle. Basic Weapons, ja, Basic Weapons finde ich gut. Wooden Bad, how's that? Basic Spear, ja, nice. Und ein Hammer. Das ist ja keine Waffe, das ist ja eigentlich eher ein Werkzeug. Allow the holder to craft and use animal traps and animal... Oh, klingt spannend. To buy and raise Wombats. Wombats sind Tiere, ne? Oh. Oh, guck mal hier. Allow the holder to expand their tool belt slots by one. Simple Bridges allows the holder to purchase and pilot water vehicles. Nicht, das wollen wir nicht. Wollen wir Wombats reisen? Ja, eigentlich wollte ich ja... Animal traps. Das klingt doch gut. Animal drop-off points. Animal successfully dropped off will be... Give a reward. Okay. Animal collection point. Okay. Simple enemy trap. Nice. Können wir uns auch was leisten. Wir können auch den Metalldetektor nehmen. Den finde ich aber nicht so spannend. Aber hier den Tool Belt Slots um einen. Das ist ja noch mein Ding. Der Pocket Slots um drei. Alles klar. Okay. Freunde der Nacht. Ich weiß schon, wie das hier läuft. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier die ganzen Waffen. Die würde ich jetzt gerade nicht herstellen. Turn Seed and Grains into other things. Ne, ich will ja eigentlich ein bisschen... Guck, ein Table. Was haben wir denn da? Tint Sheet. Crafting Nail. Guck, machen wir doch das mal hier. Machen wir doch das mal. Damit wir nicht immer ins Haus rein müssen, oder? Tint Sheet. Das ist ein bisschen die Frage. Wie machen wir? A Sheet of Tin. Made by cutting. Tin bar on a table. Tin bar on a table. Ah. Hm. Verstehe. Warte mal. Dann... Hm. Okay. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Crafting Table. Crafting Table wäre dann quasi hier nochmal... Also, wir brauchen nochmal ein paar Planks. Ein paar Ding, ka-ding, ka-ding. So. Wir müssen vor allem gleich wieder Sachen kaufen. Wir haben schon wieder... Gumlock. Wir brauchen wirklich Planks. Ein paar Planks. Wir können das schon mal rauslassen. Aber wir haben ja unten schon mal einen mehr. Das ist natürlich nice. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, wir haben hier das ein bisschen mit dem Essen so ein bisschen machen. Was habe ich denn jetzt? Crafting Table. Lass uns doch das Cooking Table Ding auch noch gleich mitnehmen. Dann pinnen. Dann haben wir einfach beides. So. Genau. Und... Grain Mill. Ja, das machen wir mal nicht. Aber das hier finde ich auch nochmal schön. Oh, okay. Das lassen wir nochmal. Also machen wir erstmal die beiden Tables. Und dann können wir ja mal gucken. Wir können auch mal schauen. Jetzt, wo ich ein bisschen verstanden habe, wie der ganze Spaß hier läuft. Können wir ja mal gucken, ob wir diese zwei Keulen nicht da hinten am Feuer braten können. Yummy. Das gibt bestimmt auch irgendwas. Ja, wusste ich es doch. Kann das verbrennen? Eigentlich nicht, aber bei mir ist alles möglich. Sehr gut. Oh Gott. Cooked Drumstick. Macht 10 Energie. What the fuck. Okay. Ja, wundervoll. Ja, also wozu dann Stress machen, ne? Wozu dann Stress machen? So, dann brauchen wir erstmal ein bisschen Zinn. Ich sehe gerade, man kann nur ein Rezept. Man kann nur ein Rezept. Das ist schade. Rap, 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 rap. Rein damit in die Futterluke. Okay, dann nehmen wir mal den Zinnkram noch da rein. So. Und das nochmal weg. Und jetzt nehmen wir mal einen davon. Oder nehmen wir einfach viele davon. Und inserten mal einen. Mal gucken, was da rauskommt. Aha. Ein Tinsheet. Wie viel brauchen wir davon? Eins. Drei von drei. Moment. Wir sortieren das hier nochmal weg. Obwohl, das haben wir ja jetzt. Wir müssen ja eigentlich nur hier einen. So. Also, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Nägel. Wir müssen nochmal gucken, wie macht man denn Nägel. Zwei Nägel. Man macht das, indem man das hier so einsammelt. Und jetzt paaren Wood Planks. Okay. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Axt. Ich nehme ja so ein Licht. Bei Basic Axt. Ja, ja, ja. Ja. Ich mag ja den John eigentlich ganz gerne. Aber er ist ein bisschen so kleine Halsabschneider, glaube ich auch. Er nimmt einfach immer Geld für alles Mögliche. So, warte mal. Dann können wir doch hier schon mal was Neues reintun, oder? Uiuiuiuiuiui. Inventar Management. Schade. Schade, schade. Man kann leider nur... Warte mal, hier ist eine Palme. Ne, das ist natürlich keine Palme. Das ist eine Bahnen-Staule. Das ist ein Palm. Okay, wir werden mal alles hier wegholzen. Denn das wird ja schließlich mein Areal zum Wohnen. Hier wird ja mein Haus stehen. Ja, auch wenn viele das noch nicht wissen, aber so wird es sein. Palm Tree Seed. Wie können wir den denn jetzt... Das könnte man mal überlegen. Wie können wir den denn in den Boden bringen? Wir probieren das mal aus, oder? Burry. Ich weiß nicht, wie. Mit der Schaufel wahrscheinlich nicht. Mit der Schaufel machen wir das Zeug ja weg. Hm. Also, das ist mir noch nicht ganz klar. Weiß das jemand von euch? Wahrscheinlich weiß das jemand von euch, ne? Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nichts gegen Backseat Gaming. Also, außer es ist natürlich jetzt... Wenn ihr die Story... Also... Ja, dann... Das fände ich ein bisschen schwierig. Komm schon. Hopp. Also, wenn ihr jetzt die... Warte mal, kann man das jetzt hier reinpappen vielleicht? Nein, auch nicht. Seltsam. Also, Story natürlich nicht... Ähm... Erklären, ne? Aber sonst könnt ihr natürlich gerne... Mal schreiben. Hm. Palim, palim, palim. Hier machen wir auch mal die Palme weg. So, ich esse mal eine Banane. Ne, ich esse mal diese Limes. Rap, rap, rap. Ich bin zu voll. Also, das wäre natürlich schön, wenn man jetzt nicht ständig neue Werkzeuge kaufen müsste für viel zu viel Geld. Da ist man ja ständig nur beschäftigt damit... Ähm... Nun gut. Jetzt haben wir aber Palmen... Äh... Dingsis. Jetzt werden wir die noch schnell verbrauchen. So. Einmal inserten. Inserten, bitte. Und jetzt hier mal inserten. Oh, wir sind schon wieder bei 20 Minuten, ne? Es geht einfach so mega schnell. Also, wir müssen ein bisschen rausfinden, wie kriegen wir, ähm, Baumsamen in die Erde. Mit einer Schaufel scheinbar nicht. Vielleicht hier mit dem... Warte mal, vielleicht mit dem Ding hier. So, warte mal. Palmseed grows into a palm plain berry. Was heißt denn das? Ähm... Haben wir noch einen Milestone hier noch nicht abgeschlossen? You can just chop a tree down and leave the stump. Here is a Milestone for getting rid of the little stumps. Ich mag das nicht, wenn man die überlässt. Mag ich nicht. Ist irgendwie... Nicht sehr hilfreich. So. Or or nothing. Ja, auch schön. Or or nothing. Keep tracking of received evidence. Town to play. Ask Fletch about the town to apply for the shop deed. Okay. Oh, manche mal eben. Das sollten wir vielleicht nochmal schnell machen. Hier, Fletchy. Good day. What do you need? Ähm... Here you go. Ah, sound to scarlet jazle... Bonza. Ähm, ähm, ähm... Oh, didn't have this kind of roll. Äh, ja, ja, ich werde bestimmt einen finden. Die alte Dame ein bisschen angelogen. Let's talk. Ask Fletch about the town to apply for the shop deed. Good day. Ähm, here you go. I'm watching out. Let's talk. Also nochmal das Ganze. I went in and had a chat to John in the tent at the visitor's site. I might have given them a hint that they should move here for real. Sie will nicht mit uns reden, oder? Ich glaube, das geht gerade alles. Thanks for asking, but, äh, maybe should get each other better first. Okay, ja, ich wollte jetzt nicht mit ihr in die Kiste hüpfen. Ich wollte jetzt nur nett reden. Schubst sich die alte Leicht ins Feuer. Okay, dann eben nicht. So, wir versuchen jetzt mal. Aber seht ihr, da sind ja noch so zwei Dinge drumherum. Aber die werden wahrscheinlich auch mit abgesäbelt, ne? So, erstmal von meinem Zelt einfach mal ein bisschen Platz machen. Okay. Also ich glaube, hiermit geht es schon mal nicht. Das ist bedauerlich. Okay, dann machen wir mal folgendes und rollen wir noch ein bisschen auf. Warte mal, jetzt können wir den crafting cooking table, den craften wir noch. So viel Zeit muss zu sein. Cooking table, craften. Und jetzt haben wir hier noch den crafting table. Ja, dann werden wir mal tracken. Offensichtlich kann man immer nur eins tracken. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber, nun gut, so ist es halt. Mangrovensticks, old spring. Und wo stellen wir den kochtisch jetzt auf? Wir sollten irgendwo aufstellen, wo... Hier vielleicht. So, und dann ist diese... Nein. Oh, nein, nein, nein. Na ja, gut. Dann ist das jetzt hier die... Ja. Ja, dann ist das hier die Essenskiste. Das ist doch schön. Dann können wir nämlich hier gucken, was können wir denn hier eigentlich am cooking table machen. Ach, du ahnst es nicht, deine Mutter. Eieieiei, Schutz und Herzen für 2 Minuten, 20 Dinger, Garden Salad. Okay, alles klar. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen zu... Wir sind einfach noch nicht so weit. Wir fühlen uns noch nicht so weit. Gut, aber dann wollen wir doch mal ein bisschen auf. Wir brauchen dringend die Informationen, wie können wir... Das können wir noch da reinpacken. Das können wir auch nochmal da reinpacken. Nee, das sind wir hier unten rein. So. Das sind die Seeds. Drei Stück haben wir davon schon. Wir können erst Fleisch nachher mal machen. Also nachher in der nächsten Folge natürlich. So, was macht die alte Dame da? Die kommt zum Clown vorbei wahrscheinlich. Ich habe dich genau im Blick, Schätzchen. Ich weiß genau, was du vorhast. So, Quarz-Crystals könnten wir auch mal versuchen zu dingsen. Jetzt kochen wir noch ganz kurz und dann ist die Folge zu Ende. Und ihr könnt gerne mal in der Rückmeldung da lassen, wie ihr euch das denn hier so findet. Ja, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielleicht machen wir ein bisschen Wochenendpause. Das weiß ich noch nicht. Könnte sein, dass Samstag, Sonntag keine Folge kommt. Mal schauen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.